Musik Polo, der erste seiner Klasse mit ABS serienmäßig. Da freut sich die ganze Familie. Lust auf erfrischenden Genuss? Mit Joghurette on the Rocks. Da schmeckt man die kühle Frische von Joghurt, die fruchtige Frische von Erdbeeren und einen Hauch feiner Vollmilchschokolade. Mhh, Joghurette on the Rocks. Schmeckt Joghurt leicht und fruchtig frisch. Italiano, mhh, siiii. Angelo? Si. Sie sind wirklich ein Mann mit Geschmack? Äh, sa comode. Leofro un Nescafe Cappuccino e gustonico. Wirklich sehr gut. Si, si, wir haben eben Geschmack. Nescafe Cappuccino, der Geschmack für die italienischen Momente im Leben. Auch neu, der Polo XXL. Tolle Ausstattung, so günftig. Coca-Cola erfüllt dir deinen Fußballtraum. Sei dabei. Teilnahmekarten im Handel oder bei Coca-Cola Essen. Er verpasst gerade sein Meeting. Die Karriere ist im Arsch. Und Hermann weiß von nix. Schade, Hermann. Textbotschaften und mehr kriegt man mit Tell Me ohne monatliche Gebühren. Tell Me, der totale Infoservice. Da kriegt man Bescheid. Ende des ersten Rennens. Super Leistung. Danke. Sie haben tolle Haare. Was ist? Sie haben doch den ganzen Tag gesurft. Na und? Sie sehen ja echt gepflegt aus. Ist doch Wash & Go. Und das reicht? Klar. Für Haar so sauber, dass es quietscht und dabei besser gepflegt ist als mit Shampoo allein, braucht man nichts anderes als das neue Wash & Go. Perfekte Pflege. So einfach? Ja, genau was ich will. Wash & Go für tolles Haar. Ganz einfach. Probier's selbst. Habe ich weit und breit keine Typen, die Trouble machen. Dieser Durst. Und wir genießen Haselnusstrafe. Knusprig. Ernsthaft. Von der schönen Bäckerin. Sind ja auch hausgemacht. Aus besten ausgesuchten Zutaten gebacken. Mit Ruhe und Sorgfalt. Ha ha! Jetzt seid ihr dran. Was man nie in Ruhe genießen kann. Jungs, ihr stört. Allerdings. Und zwar beim Essen. Und das mögen wir gar nicht. Hanuta. Herzhaft echt wie hausgemacht. Schibo verbindet die Menschen, deren Leidenschaft Kaffee ist. Überall auf der Welt. Schibo. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful. Talking about my generation. So wie man früher gebacken hat, wird Hanuta auch heute noch gebacken. Aus herzhaften, echten Zutaten und mit viel Ruhe und Sorgfalt. Ein Geschmack so herzhaften, so herzhaft und echt wie hausgemacht. Hanuta. Herzhaft, echt, wie hausgemacht. Pushkin Black Sun. Mit der wilden Frucht schwarzer Beeren und der Herbe der sibirischen Steppenwurzel. Pushkin, der Bär im Mann. Original Wagner Pizza, amerikanische Art. Luftig, locker, super knusprig. Ein starkes Stück Amerika. Ich bin überzeugt davon, dass sich der heutige Beschluss des Bundestags zum Segen Europas und des Friedens in der Welt auswirken wird. Europa kommt. Wir bereiten Sie darauf vor. Dresdner Bank. Die Berater Bank. Der Citroën Xantia zählt zu den sichersten Autos dieser Welt. Weil sein hydropneumatisches Sicherheitsfahrwerk Ihnen hilft, Unfälle zu vermeiden. Citroën. Mehr als Sie erwarten. Der FX Performer. Neu von Wilkinson. Seine einzigartigen, vollflexiblen Doppelklingen passen sich komplett ihren Gesichtskonturen an. So wird gründliches Rasieren zum hautnahen Vergnügen. Der flexible FX Performer von Wilkinson. Lieber Harald, kannst du mir nicht etwas von dir schicken? Schöfferhofer Weizen. Dreck ist länger, als man trinkt. Fernsehen ist Leben. Fernsehen ist Zukunft. Doch gutes Fernsehen sorgt nicht nur für ein buntes Programm, sondern auch für schwarze Zahlen. Und die sprechen für die ProSiebenMedia AG. Eines der profitabelsten Medienhäuser Europas. Diesen Erfolg möchten wir teilen. Am liebsten mit Ihnen. ProSieben. Demnächst auch als Aktie. Anrufen. Mehr erfahren. 0130 7797. Sonntag, Fokus TV mit diesen Themen. Tic-Tac-Toe. Trouble um die Girly Group. Die Tricks der Pop-Manager. Brennend auf dem elektrischen Stuhl. Amerika und die Diskussion um eine humane Todesstrafe. Der Fokus TV-Tipp. Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Fokus TV. Morgen 21.55 Uhr auf ProSieben. Jetzt geht's weiter. Präsentiert von TV Today. Grüße, o Erdenmann. Grüße, o Erdenmann.